In der neuesten, die Wollnys, Folge fliegt Loredana Wollny mit Baby Aurelio in die Türkei. Servit freut sich über die Wiedervereinigung mit seiner Verlobten und seinem Sohnemann. Und er ist nicht der Einzige, der Freudensprünge macht, denn auch seine Familie wird überrascht und ist überglücklich, den Kleinen in die Arme zu schließen. Doch es handelt sich nicht um einen normalen Urlaub. Stattdessen steht ein großes Ereignis bevor, Aurelios Beschneidung. Eine überraschende Wendung, immerhin hatte Loredana Wollny zunächst mit heftiger Ablehnung reagiert, als Servit ihr im letzten Jahr seinen Wunsch mitgeteilt hatte. Man feiert hier in der Türkei, dass das Kind Schmerzen hat, so die 19-Jährige damals wütend. Auch auf Silvia Wollnys Drängen entschied sie sich wenig später aber um. Ich freue mich sehr, Servit seinen Wunsch zu erfüllen, so die 19-Jährige nach kurzer Bedenkzeit. Sie habe sich umfassend informiert und dadurch ihre Meinung geändert. Es ist nichts Gefährliches und beugt Entzündungen vor. Servit, der als Moslem ebenfalls beschnitten ist, freute sich sehr über die Kehrtwende. Nun ist es soweit. In einem nahegelegenen Krankenhaus soll die Operation durchgeführt werden. Als Mama habe ich halt Angst um mein Kind, macht Loredana in der neuen Folge deutlich, dass noch nicht alle Bedenken vom Tisch sind. Immerhin handele es sich um einen medizinischen Eingriff. Das Beschneidungsfest soll dann rund vier Monate später stattfinden. Doch auch hier kommt es zum Streit. Servit stellt sich ein Event mit rund 500 geladenen Gästen vor. Loredana ist das zu viel. Immerhin sei es ein Fest für das Kind und dem werde so viel Trubel sicherlich zu viel. Allein seine Geschwister und deren Kinder seien 100 Leute, behauptet Servit. Doch Loredana besteht darauf, die Diskussion zu vertagen, denn ihre Nerven liegen so kurz vor der Beschneidung blank. Ich habe einfach Angst, dass ihm das zu sehr wehtut oder dass sich da irgendwas entzündet, gesteht die junge Mutter. Am nächsten Tag treffen sich alle am Krankenhaus. Auch Servits Familie erscheint zum wichtigsten Termin. Mit in den OP dürfen aber nur Servit, Loredana und ein Freund der Familie, den Servit als Beschneidungspaten ausgewählt hat. Silvia und Servits Familie warten draußen, während der Eingriff unter örtlicher Betäubung von einem Facharzt durchgeführt wird. Als Loredana 20 Minuten später mit Aurelio im Arm aus dem Behandlungsraum kommt, bricht sie in Tränen aus. Es tut mir so leid, schluchzt sie und muss von Mama Silvia getröstet werden. Mit anzusehen, wie ein Arzt bei ihrem Kind ein Skalpell ansetzte, war für die junge Mutter einfach zu viel des Guten. Die Aufregung legt sich aber schnell, als klar wird, dass alles gut verlaufen ist und Aurelio schon zwei Stunden nach der OP wieder bester Leid.